Wenn diese Dinge von mir selbst, von meiner Kraft, von meinem Selbstwertgefühl abhängen, dann bedeutet es doch auch die absolute Freiheit, dass ich auch die Freiheit habe und die Macht, mein Leben zu verändern, mein Potenzial zu leben. Und damit stimmt es, der berühmte Satz, unser Glück hängt von der Qualität unserer Gedanken. Wir sind immer stärker, als wir selber gedacht haben.